Wunsch mir die kleinen Treppen mehr, sollten wir mal gleich mehrere machen. Ach ja... Ja? Bist du dir sicher? Oh, nicht so ganz. Achso, ja dann. Ist ja alles gut. Was hast du eigentlich für ne Schicht nächste Woche? Ich muss nur zwei Tage arbeiten. Ja, aber was hast du denn für ne Schicht? Früh. Früh. Ist voll cool. Mhm. Wollen wir dann... Du hast ja dann Zeit, oder? Wirst du feiern. Wieso? Wieso? Wollen wir mal wieder Borderlands 2 abnehmen, ne? Da hab ich auch mal wieder voll Bob drauf auf das Spiel. Mal gucken, ne? Ob mich sie kann. Ja, ich weiß. Oh, ich glaub das sagt an. So, zack. 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 Ha, passt sogar. Lalalala. Oben kann man gar nicht viel reinrichten bei mir. Und so bauen. Ne, weil doch der ganze Boden aus Glas besteht. Mhm. Aber ich glaub ich muss sie nochmal ändern, damit ich überhaupt was reinstellen kann. Aber in was? Holz geht da nicht. Holz muss ich lassen. Mhm. Es brennt da wieder. So wie der Zaun vorhin. Mhm. So. Äh. Ist das hier noch hin? Blaue Wolle, Weiße Wolle. Da noch. So. He is like me. Entschuldigung. So wenig. Ach ja. Oh mein Gott. Was denn? Hast du das wieder geschafft? Oh nein. Dadurch, dass ich gerade das Glas bin dabei wegzumachen. Mhm. Fängt plötzlich, äh, seit deiner Seite an das Holz zu brennen. Haha. Weil auch nichts mehr davor steht. Mhm. Ja. Das muss ich gleich löschen, ey. Ich kann's auch abbrennen lassen. Abkündigen. Machst du gar nicht. Oh, 20 Treppen. Toll, damit komm ich ja gar nicht weit. So. Zack. Ach, scheiße. Falsch reingesetzt, jemand. Manchmal musst du auch aufpassen, wie du die Treppen ran kannst. Weil sonst... ...mach dein Schwung zur Seite wieder. Ey. Ey. Okay. Zum Glück auf der... Auf dem Wicker hierher ins Gebiet hatte ich ja genug Wolle zum Glück gesammelt, ma. Mhm. Okay, das ist gut so. Irgendwie ist gerade volle coole Hintergrundmusik bei mir. Ja. Machst du das klassisch, ja? Von Minecraft. Ja, von Minecraft. Okay. Hab ich auch nicht an. Ich werde später Musik mit reinspielen. Boah, das Höhen... Höhen... Höhengeräusch eben. Dabei war das nur der untere Raum. Ist auch manchmal voll verwirrend, ne? Ah. Unter dir ist nur so ein Raum und dann kommt so ein Höhengeräusch. Ich mach mir auch ein bisschen komisch. So. Zack, zack, zack. Alles dicht. Kling, kling, klaaa. Achso, das wird... So. So. Hält man voll. Ja. Nicht zumindest, ja. So, zack. Alles weg. Ich werde immer noch mehr Leben bauen. Meine Fresse, ey. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Dach. Ja. Mein Leben ist halt so selten. Das ist das Problem. Hm. Uh. Hm-hm. Wunder, will ich das noch aufbauen? Ach ja, dann kann ich das ja abbauen darunter. Weil das braucht dann ja gar nicht sein. Sieht das vom Weiten aus? Oh? Joah. Awesome. Awesome? Awesome. Okay. Dafür habe ich ein bisschen mehr was zurückbekommen. Ich glaube, das mache ich auch wieder weg. Dann baue ich mich da hinten nur mit dem Dreck hoch. Zack. Zack. So. Dann gehe ich mal gucken, wie weit der Rest da unten ist. Oh, das. Brennt hier noch. Ach, der ist auch gleich fertig. Der letzte, der auch. So. Zack. Fertig. Dann sind noch zwei. Noch 19. So. Hat genau ein Stack gegeben eben. Was ich daraus geholt habe. Ja, süß. Ja. Und aus den Stacks Siegen sind... Äh? ...hag 36. Was denn? Warum brennt meine Wolle jetzt? Ähm, ich glaube, das muss eine weit genug Entfernung von der Lava haben. Nein, da drüben brennt sie ja merkwürdigerweise nicht. Ich kann mal gleich zu dir. Guck mal, was du da wieder veranstaltet hast. Eins frei da drunter? Hä? Oder weil die Lava nicht im ruhenden Zustand ist? Nee, eigentlich ist das zu nah. Eigentlich. Oder die haben das wieder geändert. Weil wenn die Lava direkt da drüber ist, ohne dass da Schutz ist, brennt das noch eine Zeit. Ja, aber guck mal. Hier ist es weggebrannt. Hier drüben mal brennt das nicht weg. Ja, ich weiß, ich seh das. Das ist schon komisch. Hier fließt das nämlich auch. Da werden sie bestimmt nicht wieder brennen tun. Also jetzt brennt das momentan nicht mehr. Aber jetzt brennt das hier drüben weg. Ja, weil das ist wirklich so. Die Lava... Wenn das nicht genügend Platz dazwischen ist, dann brennt das weg. Oh, jetzt brennt momentan ja nichts. Ja, ich weiß schon, was ich gesehen. Hier ist noch Glas kaputt, ne? Ja, ja, hier. Hier auch. Das ist aber ein Außenwand dann. Und hier zwischen ist noch Lava hier. Ja, ist okay, so. Meine Räume drehen, weil er spätestens alles weg ist. Jo. Wenn ich spätestens noch andere empfangen darf. Solange das nicht komplett überschlägt. Da hinten brennt schon wieder, warte jetzt. Ja. Wenn das komplett überspringt, kriege ich einen zu viel. Was? Ja, das kann passieren, dass es mal nicht komplett die ganze Flamme auf das ganze Haus überspringt. Oh, kroll. Nein, weil über der das Haus von Patrick ist. Aber ich bin da schon ganz oben, da ist ja noch ein bisschen Stein dazwischen. Hm. Hm. Aber Amy schafft das vorher, dass ihr in Minecraft so oder so macht. Hm. So. Tja, mal abwarten. Ja. Na ja, spätestens den, wenn wir raufkommen und alles abgefackelt ist. Bitte, dein Hund ist weg, wieso? Ja, weiß ich auch nicht, ich mein das auch wieder. Ja, das ganze Minecraft hier im Haus ist damit. Nein. Außer die Steine stehen immer noch, dann. Mach immer ein Sicherheits-Backup. Ja, ne, ist klar. Dann hätte ich das schon vor der Aufnahme machen müssen. Hm. Lalalalalalalala. Ich bin erstmal fertig. Ja. Du meintest, du hast noch ganz viel Stein, ne? Hm. Dann kannst du das in die Öfen stecken. Bist du lieb? Ja, ich kapper meine eigenen Öfen. Hm. Dann musst du dann da alles abholen. Ja, das hat kein Problem. Daraus Steine. Hm. Und daraus muss ich die anderen Steine haben. So. Sieht ein bisschen komisch mit aus, aber naja. Hm. Autsch. Erstmal brauch ich gleich Glas. Hast du noch genügend Glas? Hm. Nö. Naja, vielleicht reichen die ja 55 Stück, die ich hatte. Hier mach ich ein schönes Panoramafenster mit rein. Mach mal. Ja. Sollte man noch einen Gang zu dir nach oben bauen, oder zu Patrick? Können wir mal kommen, außen rum zu laufen. Ja, nee, ist klar. Wie schon, glaub ich, wo? Ha, schon wieder gefunden. Zu mir normalerweise soll das da dicht bleiben. Scheiße. Ja.